Hey, wie geht's? Hey, wie geht's? Na? Ah, ich bin unterwegs, weißt du doch. Ich hab grad Therapiestunde gehabt und ich muss jetzt gleich wieder los. Ich hab noch was zu tun, weißt du? Okay. Ach, ich bin unterwegs, weißt du. Irgendwie ist heute ein komischer Tag, alles scheiße. Die ganzen tausend Leute nerven und so. Ach, weiß nicht. Irgendwie ist es komisch, weißt du. Was weißt du damit? Was ernst ist oder war das nur so? Nee, ich glaub was ernst ist. Ja. Ja, dicker Hell, wenn was ist, du weißt ganz genau, du kannst es ansuchen, das ist immer für dich da, oder? Cool, danke, ich weiß. Mal sehen, was wird, weißt du. Aber ich bin ein bisschen in Zeitdruck. Lass mal so machen, wenn ich später Zeit habe, dann ruf ich dich an, okay, ich muss jetzt los. Okay, wir sind dabei, wir sind schon. Okay, wir sind dabei, wir sind schon.